Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Und der Roman ist leider nicht da, deshalb müssen wir uns das und tschüss sparen. Aber vielleicht wollt ihr das trotzdem machen. Dann bis zum nächsten Jahr und tschüss. Wir verabschieden jetzt hier den Werner. Das war unser Ehrengast dieses Jahr. Er hat wieder nackt auf dem Tisch getanzt. Die Szenen schneide ich euch jetzt hier gleich hinter dieser Ansage. Und das war wieder sehr schön. Werner, wir lieben dich für deinen Tanz mit dem wehenden Mast. Es ist immer wieder ein Erlebnis. Ja, wir sind lieb zueinander. Wir sind lieb zueinander. Wir sind lieb zueinander. Und? Ich halte zueinander, da werde ich nicht fliegen gehen. Tschüssi. Ich hab mich gefreut, dass ich kennengenäht. Tito. Ich bin kamerascheu. Das sieht man. Tschüssi. 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 Das fand ich ja furchtbar, gell? Das ist jetzt schon so dumm. Das ist schon mit den Leuten. Warum hält man an der Kamera ins Gesicht? So. Die Jule guckt ganz verwirrt drum. Was passiert jetzt? Tschüssi. Tschüssi. Fahrt anständig. Sowieso. Na, bist du fertig? Ich bin fertig, Jule. Mein Nachbar, der war früher Schöpfelchen hier. Das ist die Nachhut. Ja, das ist immer die Trüe voll. Oder froh. Pippa. Pippa. Was anderes Nest schaufelt ist hier überall im Blick. Glaub ich schon. Massenhaft. Was kannst du dir am Bütchen dann kaufen? Als Bilderserie. Ist das? 2 Euro. 2 Euro. Du kriegst noch so einen Kaugummistreifen dazu. Die Tüte. Ja, eine Sammeltüte. Panini. Genau. Die Panini Auto mit Billi Bilder. Da sollte man sich mal drum kümmern. So, Frau, pack die Zamme. So, Frau, pack die Zamme. Was sagt der Beier? Pack die Zamme. Ich hab mich jetzt mal erschreckt, Digga. Was ist hier los? Ja, mach! 10. September. Ich bin so weit! Das ist auch nur noch ein Monat. Da bin ich schon wieder fast auf dem Rückweg. Da packe ich mein Zeug an. Wenn ich mir denke, ich habe so viel... Ich halte vor Haut. Hau ab. Das ist ein Kurs. Sehr schön dafür, wie gefreut. So viel Vorgarten dieses Jahr. Ja, ist schon wieder oben, dass ihr habt. Wenn ich jetzt dazwischen komme, bin ich da. Bleiben wir dabei und leben. Ja, schaffen wir. Tschüss ihr Süßen. Alles wieder abgebaut. Jule versteht immer noch nicht, dass es vorbei ist. Und hier noch der Rest, der auf seine Abfahrt wartet. Hühner sind schon wieder draußen. Ja, war schön. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Danke schön für alles. Tschüss. Ich danke euch. Danke der Firma Bosch. Jawohl. Bis nächstes Jahr. Tschau. Tschüss. Tschüss. Ciao. Saat Detective. ij